Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Littlewood. In der letzten Folge haben wir endlich die große Bibliothek freigeschaltet und uns da einmal umgesehen. Und haben anscheinend einen, der dem dunklen Magier, dem dunklen Zauberer ähnelt, auch noch getroffen. Ach ja, genau, unsere süßen Tierchen haben wir ja auch noch. Ach ja, ich kann gerade die Entspannung hier wirklich gebrauchen. Hab eben gerade Crash Bandicoot aufgenommen, die Zeitlevel. Ach je. Naja. Hey, mach mal langsam. Ich sollte eigentlich der professionelle Mienarbeiter hier sein. Wirklich, Gratulation zu Level 40 Mienarbeit. Und gib mir drei Steine. Ich hab gehört, du hast Level 20 im Käferfang erreicht. Hier ist ein Geschenk. Gute Arbeit. Ein Monarch wieder. Du bist ein großartiger Farmer. Gratulation im Erreichen von Level 35 im Farming. In Farmarbeit. Und Level 65 im Handeln. Also bist du jetzt wirklich reich? Nein, warum fragen die das immer? Naja. Ich kann es nicht erwarten, dass unser Museum jedes Item enthält. Jeden Gegenstand. Ich bin sehr froh, dass wir zusammenarbeiten. Ja, ich auch soweit. Stimmt, wir haben momentan auch ein bisschen Mangel an Tautropfen. Naja. Anscheinend haben wir eine Aufgabe für Laura erfüllt. Also nimm diese Tautropfen. Bubbled Potato dürften wir noch haben. Mal gucken. Haben wir das noch? Ja, hier. Okay. Moment. Ich hab eben gerade gesehen, wir hätten noch was zu machen. Einmal einen Zweig sollen wir doch nochmal selber fangen. Ah ne, Weizen. Äh, hier, Weizen. Die Gräser sollen wir machen. Und verkaufen. Okay. Das machen wir doch mal. Aber erstmal gucken wir mal hier nach. Ähm, das ist wieder so eine Sourpuck und wieder ein Fisch. Ah, Fried Fish Balls. Okay. Ah, Fancy Planks bräuchten wir hier wieder. Hm. Ja. Müssen wir mal sehen. Oh, diese Entspannung hier. Das tut gerade so gut. Ich glaube, das könnt ihr gar nicht... Das kann ich gar nicht in Worte fassen und ihr nicht begreifen, wie gut das gerade tut. Naja. Ähm, das können wir mal machen. Und den Rest brauchen wir im Moment nicht. Da brauchen wir auch Fancy Planks. Ja, stimmt. Wir haben jetzt alles, oder sehr vieles, schon mal recht weit ausgebaut. Mal gucken. Bubsy ist nicht hier. Weird Wardrobe. Tranquil Lamb. Genau. Da brauchten wir ja noch einen bestimmten Gegenstand. Genau. Hier. Moonlight Orb. Da wollte ich mich eigentlich mal schlau machen, wie wir da ran kommen. Aber, naja. Mal gucken. Das wird schon. Hallo, Schäfchen. Äh, Turn-Up haben wir immer noch nicht. Tut mir leid. So, Magizid können wir immer gebrauchen. Das können wir gebrauchen. Das hier auch. Da auch schon wieder Fancy Planks. Ist aber gar nicht so verkehrt. Dann brauchen wir jetzt erst einmal kein normales Holz großartig holen. Sondern nur noch das magische Holz. Also, ich fühle mich heute wirklich gut, Yuriko. Ich habe heute angefangen mit Push-Ups, während ich... Achso, während die Leute auf mir drauf saßen. Achso, morgen werde ich versuchen, Dudley ganz oben drauf zu setzen. Ach, ja. Ja, doch, dieses Gemächtliche, das brauche ich auch gerade. Bisher die Woche war jetzt nicht so stressig. Ich hatte nur gestern zwei Termine und das war's. Naja. Hm, Magie? Ich kenne keine Zauber. Leider. Die Gerüchte besagen, dass du wirklich talentiert warst in Magie. Hm. Bevor du deine Erinnerung verloren hast, natürlich. Interessant. Ach, wieder einen Pilz bekommen. Und Hühnchen? Plumberry. Haben wir. Sogar sehr viele. Das sieht ja auch cool aus hier. Ach, die Goopmelons. Die können wir jetzt auch ernten. Sehr schön. Aber wir müssten eigentlich wirklich mal ansparen, dass wir unten das ausbauen können. Also die 10.000 erreichen. So, alle Büsche, alle Bäumchen. Hallo, Mel. Genau, beinahe verloren in den endlosen Wäldern. Und Willow. Es macht sehr viel Spaß, mit dir zusammen Littlewood wieder aufzubauen. Denkst du, dass Littlewood eines Tages die berühmteste Stadt in ganz Solem sein wird? Naja, ich meine, ist es doch eigentlich jetzt schon, dadurch, dass ja unsere Spielfigur hier wohnt. Hm. Hä, Moment. Achso. Ich dachte, hier unten wäre irgendwas aufgeploppt eben. Naja. Genau, hier wollte ich auch nochmal reingucken. Aber ich brauche, ich glaube, hiervon brauchen wir erstmal noch nichts. Ja. Wie gesagt, so Dekorladen, das können wir zur Zeit einfach sehr vernachlässigen. Ja, könnten wir zwar gebrauchen. Eine Taupalme. Das ist, glaube ich, die hier, ne? Ja, aber dann haben wir nicht mehr viel Geld. Deswegen, ja, die letzten Seiten, das lassen wir erst einmal. So, Dudley ist hier oben. Mit Zayna haben wir auch schon gesprochen. Ich habe heute versucht, ein wenig die Gräser auszurupfen. Aber es wird immer schwerer und schwerer, nach unten zu kommen. Ähm. Achso. Ach, guck mal, da ist er ja. Okay. Ähm. Hm. Ich habe vor kurzem im Endlosen Wald einen Käfer gefangen. Hier, warum nimmst du ihn nicht? Oh, ein Marienkäfer. Süß. Ich habe früher, glaube ich, auch immer Marinekäfer gesagt. Ich weiß echt nicht, warum. Ach, den brauchen wir gar nicht abgeben. Weil wir den schon mal abgegeben haben, glaube ich. Wir könnten aber Stein einmal abgeben. Ah, nee, das Erz hier, das neue. Gut, dann brauchen wir nur noch zur großen Schmelze hin. Das beides einschmelzen. Und dann haben wir das auch fertig. So, was war das? Fancy Planks. Okay. Da brauchen wir noch Zeit. Okay. So. Ähm. Lilith erst einmal. Achso, ja. Welchen Zauber sie als nächstes meistern will. Ja. Das sind keine guten Zauber, glaube ich. Dadlin möchte, dass ich fische. Ich habe diesen hier gefangen. Ein Oktopus. Moment. Hatten wir den schon mal abgegeben? Ich glaube, ja. Ja. Okay. Ich wollte nur sicher gehen. Ähm. So. So. Okay. Das ist genauso Konfusion. Verwirrend. War ich wirklich dieser dunkle Magier, über den alle sprechen? Habe ich wirklich all diese Zerstörung gebracht? Habe ich wirklich all diesen Leuten geschadet? Du bist der Held, über den alle sprechen, richtig? Vielleicht. Vielleicht können wir gemeinsam unsere Vergangenheit auf den Grund gehen. und, ja. In our troubled past. Genau. In unserer schwierigen Vergangenheit. Ich werde noch mehr darüber nachdenken. Ich hoffe wirklich, dass nicht ich es war, der all den Leuten wehgetan hat. Das kann aber gut sein, dass er es ist. Wir wissen es nicht. Die Staubhüllen sind wirklich gruselig. Warst du schon mal jemals dort? Äh, es heißt, dass ein großer Wächter, glaube ich, dort lebt. Okay. Und Poggy Boggy. Purple Sludge. Okay. Achso, ja. Geht ja leider nicht. Oh, es tut mir leid. Hier haben wir schon alles leer gekauft. Ähm, ich möchte mal ganz kurz gucken. Ja, wir müssen dann nochmal Holz sammeln gehen. Ah, genau. Ich weiß wen. Achso, nee. Terrick ist hier. Haben wir schon mit ihm gesprochen? Nee. Wusstest du, dass meine, ähm, ja, Royale, meine adlige Hausfarbe blau ist? Ich komme vom Hause Galahad. Und, äh, aus dem stammen nur die am meisten ehrenwerten Ritter. Okay. Dann machen wir mal ein Kompliment. Du denkst, ich bin der größte Ritter von all den Landen? Unmöglich. Das ist genau so wie ich, kann auch keine Komplimente annehmen. Ja, das wird noch dauern. Ich gucke immer wieder rauf und dann so, meine Güte, das wird dauern. So, dann holen wir erst einmal hier. Was brauchen wir da? Ja, das wäre dann nämlich ganz gut. Dann wäre das nämlich noch besser. Und da. Dann mal blups. Kann ich da eigentlich so rüber? Oh ja, tatsächlich. Durch die Sprungschuhe, stimmt. Fancy Planks. Gehen wir nochmal hier hin. Einfach mal, um auch mit den Leuten nochmal zu sprechen. Ich glaube aber mit ihr, das ist einfach nur, tut mir leid, ich kann dich nicht reinlassen. Ja. Das kann ich aber auch verstehen. Hm. Die sagen auch immer dasselbe. Dann müssten wir, glaube ich, reingehen. Oh Gott, wie heißt er noch? Ähm. Apegio. Okay. Es ist wirklich eine Schande, dass diese wunderschöne Bibliothek nahezu zerstört wurde. Ich denke, es ist wirklich nobel von dir, sie wieder aufzubauen. Achso, diesen gloriosen Ort wieder aufzubauen. Oder damals glorios. Ich denke, ich werde ein Lied über diesen Ort schreiben. Würdest du dich dafür interessieren, meine liebliche Stimme zu hören? Vielleicht. Ah, du hast fünf Bücher gespendet. Ja, mach weiter so. Genau, und deswegen müssen wir auch immer wieder in die Wälder rein. Und an sich überall hin. Damit wir die nämlich dann auch finden. Ah, hier. Magizid könnten wir einmal mitnehmen. Eggplant, Potato. Haben wir, glaube ich, noch so weit da. Ja, nehmen wir eine mit. Wir haben die zwar schon angebaut, aber naja. Fisherman's Tale. Ach, das wollte doch einer von denen haben, ne? Tribal Lamb. Beach Sunset. Ja, ich glaube, das bleibt jetzt auch noch bis Samstag hier alles bestehen. Also bis dahin haben wir vielleicht noch alles an Tautropfen wieder reingeholt. Er hat nur 106 Tautropfen. Wie viele hast du? 55 nur. Ach genau, ich wollte mich nochmal schlau machen wegen den anderen Tieren. Naja. Naja. Ah, hier. Das wäre interessant. Da! Ein besseres Netz. Mal gucken. Wir haben jetzt 39 von den Münzen. Shiny Shell. Brauchten wir auch nochmal für irgendwas. Neue Einrichtung. Giant Minnow. Okay. Kostet das eigentlich Energie, wenn wir hier dran spielen? Ich markiere mir das mal so. Nö. Ein silbernes Käfernetz. Ah, das Erz brauchen wir nicht. Yakigu brauchen wir auch nicht. Ah, die Fee da oben. Die bräuchten wir. Wir haben ja genug davon. Also kann man das ruhig mal machen. Ja, sehr schön. Die Light Fairy. Und River Crystal. Das brauchten wir auch noch für irgendwas. Was? Äh, ja. Aber wie gesagt, duellieren im Moment mag ich jetzt nicht so. Meine Lieblingskarte ist das seltene Excalibur. Ich habe viele Gegner da mit einem Schlag, der dieser Klinge besiegt. Okay. So, da brauchen wir ja auch noch Tautropfen. Dann gehen wir jetzt erstmal in den Wald. Oh, ich muss mich mal anders hinsetzen. Oh, uiuiui. So, ich wollte auch nochmal sehen. Äh, nein, Johnnel. Ja, so langsam aber sicher wird's. Käfer müssten wir nochmal sammeln und auch nochmal hier angeln gehen. Nur jetzt erst einmal, wie gesagt. Ah, das ist nett. Hat sie uns 25 Tautropfen gegeben? Hä, wir hatten doch eben schon 55. Oder habe ich irgendwo was ausgegeben? Keine Ahnung. Naja. So, mal gucken. Ich glaube, erst bei Level 50 können wir mit dem letzten auch reisen. Oh, da links ist eine Karte. Gleich hin. Gleich einsammeln. Wok, wok. Mhm. Ah, das goldene Holz. Das bräuchten wir ja auch immer wieder mal. Aber jetzt erstmal die, die wir brauchen. Denn ich würde schätzen, dass zum Beispiel Darks Haus auch mit dem Holz hier gemacht werden müsste. So. Stimmt, ein paar Gräser müssten wir auch noch sammeln. Das kostet ja zum Glück nicht ganz so viel Energie. So, ähm. Achso. Nehmen wir hier noch mit. So. Leaf Forest. Und dann hier. Ah, die Früchte möchte ich eigentlich auch immer nicht stehen lassen. Ach, er wieder. Ich kenne jeden, äh, elf-leveligen Zauber. Also Level 11 Zauber. Mighty Zap, Fish, Swarm. Ja, Swarm. Really big tornado. Okay. Hast du jemals einen so machtvollen Zauberer getroffen? Nö. Was? Sei doch nicht seit gleich so grantig. Nur weil ich dich was frage. Erinnert mich an meine Lehrer. Wenn man da irgendwie was gefragt hat, da waren die dann auch immer genervt. So ungefähr. Oh, warum hat das Belag das nicht verstanden? So in dem Sinne. Ob nun Grundschule oder Realschule. Hatte ich immer das Gefühl, ne. Dass die Lehrer ihren Job überhaupt nicht mochten. So, aber wir gehen natürlich auch nochmal woanders hin. Level 60 sogar. Okay. Genau. Ich wollte ja nochmal in die Mine. In die Höhle. Da. Ja, toll. Jetzt hat er die da. Aber ich glaube, die brauchen wir auch für nichts anderes, oder? Naja, ein Geheimnis. Wissen wir schon. Ja, ein paar Holzplanken können wir dafür noch machen. Oder unten ist eine Kiste. Aber der Wompa... Okay. Ah, Orichalcom. Sehr gut. Gehen wir hier oben bitte lang. Da ist ein Stein hinter. Einer meiner Freunde spielt gerade Destiny 2. Auch gut. Ah ja, zack. Destiny ist nicht ganz so mein Spiel. So, Magizid. Tautropfen. Und hier unten bitte nochmal. Ich möchte auch einmal hier den Fisch fangen. Ah ja. Nein. Nein. Ah, Schande. Ich wollte da nämlich ran. Na gut, denn nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder nach Hause. Können hier noch ein bisschen das Unkraut sammeln. Und mal gucken. Wo haben wir noch eins? Ah, hier unten. Und gehen einmal schlafen. Na, sieben Stück noch. Und dann eben nochmal Sachen verkaufen. Dann geht das auch. Dann kommen wir da auch noch voran. Ich habe schon wieder vergessen, mit einem zu sprechen, ne? Aber mit wem? Ich weiß es gerade echt nicht. Oder? Ne, das waren glaube ich alle, ne? Sonst war es ja bis hier. Ne, Moment. Da fehlt doch eine Person. Willow, Laura. Naja, egal. Ach, Ash. Genau. Ach. Oh, so kurz davor. Naja. Oh, und heute ist der erste Herbsttag. Oh, ist das schön. Ein Gedicht für Babsi, glaube ich. Oh, da ist er. Hallo, Maximilian. Ich habe gehört, du bist ein Poet. Oh, hey. Was geht ab, Babs? Äh, ja. Wenn ich mich nicht duäliere, dann, äh, dabbel. Verliere ich mich in Poesie. Eines Tages werde ich ein, das wirklich romantischste Gedicht überhaupt schreiben. Wow, das am meisten romantischste Gedicht überhaupt. Ähm, ich denke, Poesie zu schreiben, also Gedichte zu schreiben, macht einen wirklich elegant und attraktiv. Jetzt kommt's, die beiden. Oh, cool. Ähm, ja. Mhm, ja. Also, äh, gibt es noch irgendwas anderes, worüber du reden möchtest? Ach, meine Mutti spielt jetzt auch Stardew Valley. Schön. Äh, nicht wirklich. Okay. Äh, möchtest du ein bisschen Tarotmonster mit mir spielen? Nein, Tarotmonster ist dumm und barbarisch. Mhm. Wie wär's, wenn wir zusammen Gedichte schreiben würden? Äh, sicher. Äh, ich, ich werd bestimmt irgendwas, ähm, zusammenstellen können. Möchtest du es eher lustig oder mehr romantisch? Romantisch. Sehr romantisch. Schreib überall meine wunderschönen Eigenschaften, die du an, äh, die du an mir liebst. Oh, äh, okay. Mal sehen. Hier ist es. Deine Augenbrauen sind fluffig. Äh, äh, swirly, äh, gekringelte Federn upon your head. Ach so, über deinem Kopf machen, äh, machen das, dass du aussiehst wie eine grüne Eiscreme. Also hier dieses Soft-Eis, wo oben noch so dieser Zipfel dran ist. Na, stimmt. Das war großartig. Okay, die beiden kommen wahrscheinlich dann zusammen. Du hast wirklich eine großartige Art, äh, von Worten. Okay. Babsi hat ein Geschenk für uns. Aber erst dann mal die Post lesen. Wow, Level 45 im Holzhacken. Äh, ich muss dir gratulieren. Also, äh, und wir sollten mehr miteinander abhängen. Fancy Planks. Dankeschön. Erzählt es nicht Dalton? Äh. Ach so, nee. Bitte erzählt Dalton, dass er nachts bitte aufhören soll, auf seinem Dach zu stehen und den Mond anheult. Okay. Naja. So, das haben wir jetzt auch erledigt. Ah, okay. Und zwei, drei Bonuskisten. Sammeln wir doch gleich mal ein. Eine Deluca-Münze. Sehr schön. Äh, Hangout. Okay. Also, mit Babsi einmal abhängen und dann fünf Fische fangen. Heroic Merit. Mhm. Und noch eine Deluca-Münze. Oh, der Herbst sieht so schön aus. Gehen wir einmal kurz hier rein. Äh, ja. Das können wir ruhig mitnehmen. Das alles würde ich sonst jetzt liegen lassen. Einmal. Sehr schön. Haben wir eigentlich noch andere Sachen, die wir einfach verkaufen können? Nee, kann ich nicht hier platzieren. Also, wenn kein Preis angezeigt wird, kann ich es auch nicht verkaufen. Ui. Die sind ja richtig teuer. Aber ich glaube, die brauche ich noch. Dark Matter brauchen wir auch noch. Das bräuchten wir noch. Ha. Ich bin leider bei sowas immer... Ich brauche das ja schließlich noch. Also, 25 würden wir dafür bekommen pro Stück. Wir haben jetzt auch sehr viele hiervon. Na, machen wir nochmal so. Äh, Steuerung. Dafür würden wir 15 bekommen. 11, 8. Ist nicht so viel, ne? Dann würde ich tatsächlich gerne... Was? Hier. Ruhig noch mehr davon verkaufen. Und jetzt ein bisschen mehr auf Geld gehen. Äh, ich bin aufgebracht. Keiner will in der Taverne neben mir sitzen. Ich bin nicht so gruselig. Doch, bist du. Tut mir leid, aber du bist gruselig. So, diesmal Ash. Hi. Äh, manchmal spielen die Goblins Verstecken. Mhm. Achso, er mag es mit ihnen Verstecken zu spielen. So war das. Ich verstecke mich immer in derselben, im selben Fass. Und sie können mich niemals finden. Finde ich irgendwie süß. So, wir hatten ja auch noch hier, das hier zu machen. Sehr viele fancy Planks. Ah, goldenes Holz haben wir aber auch noch einiges. Das ist gut. Ah ja, hier auch noch mal ein paar machen. So. Ah, die Tautropfen. Richtig. Da müssen wir jetzt für hier und für die Luca einmal ansparen. Ah, perfect Planks. Ja, würde ich sagen, mache ich da ruhig noch mal ein paar. Dann könnten wir das noch eben aufwerten. Da waren es die Tautropfen, richtig? So. Aber dass der Herbst jetzt schon da ist, ist irgendwie so surreal, ne? Sowohl im Spiel als auch in echt. Dass wir schon wieder, heute während ich aufnehme, den 5. Oktober haben. Ah, das Jahr verging doch schon ein bisschen schneller als üblich. Ähm, achso, wegen der Blume. Da, eine Eggplant, also eine Aubergine. Aber ich finde es irgendwie interessant, dass dann einiges wirklich ganz normal betitelt ist, wie hier Corn, also Mais. Aber dass dann die Tomate einfach Motato genannt wird. Hm, wer weiß. Hey, Yuriko. Äh, wie läuft's denn so? Ich versuche gerade, neue Dekorationen aus Müll zusammenzustellen. Achso, aus dem Müll, aus seinem Laden. Okay. Ah ja. Oh, wirklich? Ich meine, ähm... I'll try anything once. Okay. Naja, egal. Äh, nein, nicht Bildmode, sondern Journal. Hier. Ja, mit jedem, so nach und nach, kriegen wir auch ein paar Herzen dazu. Mhm. Ja, stimmt, es steht ja auch immer was dazu mit bei, für die Leute. Und er möchte eben halt seine Vergangenheit aufdecken. Ah, irgendwann im Winter, irgendwann, wenn ich 100 Fische verkauft habe. Okay. Stimmt. Als nächstes holen wir dann gleich Babsi dazu und gehen dann angeln. Und holen dann die fünf Fische. Hey, Yuriko. Ich bin um Littlewood einmal rum, heute früh, und hab das auf dem Boden gefunden. Du kannst es haben. Ein Salat. Äh, nee, Quatsch. Cabbage. Cool. Ich genieße es wirklich sehr, all die verschiedenen Früchte und Gemüsesorten hier in Littlewood zu essen und zu probieren. Genau, Variation ist die Würze des Lebens. Habe ich dir jemals dafür gedankt, dass du mein Haus gebaut hast? Danke, dass du mein Haus gebaut hast, Yuriko. Ja, klar. Achso, ja. Dadle möchte, dass er angelt. Und, oh. Okay. Amethyst. Ich weiß nicht, ob man die auch irgendwie, wie gesagt, züchten kann, aber ich glaube, nein. Wir hatten davon doch schon mal einen, ne? Ja, hier oben. Das ist das Amethyst und das hier, glaube ich, Saphir, ne? Cool. Oh, wir haben noch was dazu bekommen. Ah, und dann nur noch ein Gegenstand. Genau, die Fairy, richtig. Aber es fehlt nur noch ein Seestern, stimmt. Wenn ich in Deluca fische, dann nehme ich da Babsi mit am besten. Vielleicht ist denn die Chance etwas höher, was Gutes zu fangen. So, da haben wir nichts. Na, rein da. Dann gehen wir heute mal auf Angeln, würde ich sagen. Aber wo ist eigentlich Dark jetzt abgeblieben? Na, wer weiß, wo er sich rumtreibt. Na, ein Zuhause hat er ja anscheinend nicht. Ah ja, stimmt, Babsi. Erstmal reden. Ah, Magie. Nein, kenne ich nicht. Hier ist eine Gießkanne. Endlich. Hat zwei Saisonen gedauert. Naja. Wenn du auf einer Blume stehst und sie wässerst, kannst du neue Farben damit züchten. Das ist cool. Das ist sehr cool. Wir haben hier unten ja unsere ganzen Blümchen. Die blauen und die gelben. Ah, alle, die drumherum sind, glaube ich dann, ne? Und dann, glaube ich, in die Richtung, in die das ist. Na, Moment. Dann würde ich die einmal dichter zusammensetzen wollen, wenn das geht. So. Halt, Moment. Die eine da noch. Na, die müsste ich dann wahrscheinlich hier unten mit hinpacken. So. Und dann mal gucken. Eins, zwei, drei, vier. Hi, Zayna. Manchmal, wenn Dudley zu müde ist zum Laufen, bringe ich ihn nach Hause. Oh, das ist süß. Er ist ein wirklich süßer Mann. Ja, Dudley ist wirklich sehr, 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 sehr nett. So, wie viele brauchen wir davon noch? Ich weiß, wir müssen, 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 müssen noch angeln. Äh, hier. Fünf Fische mit Babsi. Babsi war noch in seinem Haus. So, hier. So, dann kommen wir mit. Ich schätze, ich könnte ein wenig mit ihr abhängen. Gehen wir zusammen nach Deluca. So, und dorthin. Dann werden wir, wie gesagt, die Chance haben, uns da jetzt die, wie nennt sich das, Seesterne zu holen. Dann, warum nicht gleich mitnutzen? Eins, zwei, drei, vier können wir leider nur fangen hier. Ah, ein Feuerkarpfen. Sehr gut. Und noch einer. Fange hundert Fische. Adapt Fisherman. Shiny Shell. Und komm schon, Seesterne. Oh, noch ein Feuerkarpfen. Schade. Return home. Dann fangen wir den hier oben noch. Und dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Noch ein Feuerkarpfen. Also, die gibt's dann anscheinend im Sommer. Äh, Quatsch, im Herbst. So, hundert Tautropfen noch mal. Und eins, zwei und drei. Dann haben wir die Aufgabe auch erledigt. Ah, ich wollte eben noch den Käfer da fangen. Naja. Egal. Jetzt haben wir sowieso nichts mehr zu tun. Oder können nichts mehr tun. Ah doch, eine Sache kann ich noch machen. Ohne, dass ich da irgendwas machen brauche. So. Dann hier nochmal. Sehr schön. Ah ne, stimmt. Ich wollte ja zumindest nochmal kurz in den Wald. Einfach gucken wegen den Reisenden. Und auch nochmal kurz zur großen Bibliothek. Vielleicht ist Dark ja hier. Ja, tatsächlich. Du und Arpeggio sind sehr nett zu mir. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Jeden Tag, den ich aufwache, ich hoffe... Äh, hoffe ich, dass ich mich an irgendetwas aus meiner Vergangenheit erinnern kann. Aber wenn die Leute die Wahrheit sagen und ich wirklich der dunkle Zauberer bin... Vielleicht ist es ganz gut, mich nicht daran zu erinnern. Solem sieht wirklich aus wie ein netter Ort. Was hätte mich dazu bringen können, dass ich es zerstören will? Das ist überhaupt eine sehr gute Frage immer wieder. Solem ist wirklich voll von Mysterien und Schönheit. Ich sollte es wissen. Ich bin ein Reisender, der überall in den... Ja, auf den Kontinenten... Auf den schwebenden Kontinenten war. Ich habe noch keinen Platz gefunden, wo ich leben möchte. Okay. Wo lebst du eigentlich? Ist es ein netter Ort? Ja, Littlewood ist schön. Genau, wenn wir alle Bücher haben, dann können wir die ja mal alle am Stück lesen. So, wir werden zwar jetzt nicht irgendwas Holz hacken oder so können, aber naja. Mhm. Ich finde es schade, dass man nicht weiter mit den beiden hier interagieren kann. Okay, schnell. Nein, ich komme nicht durch. Schande. Moment, kann ich hier rechts durch? Vielleicht? Da und dann hier. Ja, perfekt. So. Sehr schön. Ja, ich weiß, Früchte kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Ist da rechts noch was? Nö. Aber ich meine, die Kisten haben oder nicht haben. Ach, er wieder. Und wir können sogar zu ihm durch. So. Na? Hallo, Held. Äh, was tue ich überhaupt hier? Der hat mir eben was geschenkt. Auch gut. Äh. Okay, mein Name ist Littlewood und ich lebe in der Stadt Yuriko. Hä? Wer bist du noch gleich? Der Typ ist total verwirrt. Naja. Vielleicht finden wir noch einen Weg, aber ich glaube nein, denn da kommen wir auch nicht durch. Nee. Okay, schade. Und da oben sehe ich sowieso nichts. Dann ist ja gut. Ah, dann hat sich das trotzdem gelohnt. Immerhin 100 Tautropfen nochmal dazu bekommen. Dann gehen wir nochmal hier gucken. Wie immer. Hm, 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 hm. Ja, ja. Äh. Womper. Durch. Durch. Okay. Ist nichts. Das war aber mal jetzt mal eine kleine Höhle, ne? 70 und 120. Sehr schön. Da links ist nur... Ich wollte schon sagen Malachit. Magizit. Da links kann ich jetzt leider nicht weiter hier. Aber das ist halt doof, wenn man dann keine Ausdauer mehr hat. Nee, hier ist nichts mehr. Okay. Stimmt, kann ich ja gleich so machen. Sehr schön. Nur noch das hier. Und das haben wir am nächsten Tag dann auch geschafft. Na? Und jetzt müsste bis hier unten sein. Ich habe schon wieder nicht mit allen geredet. Diesmal mit, ähm... Wie heißt der? Dalton. Und mit Terrik habe ich vergessen zu reden. Ach, was soll's. Irgendwas werde ich immer vergessen. Ah, diesmal hat niemand ein Geschenk für mich. Okay. So, sehr schön. Was müssten wir als nächstes machen? Gar nichts. Haha. Sehr schön. Lese 10 Briefe aus der Post. So, äh... Lese 10 Briefe aus der Post. Sammle 15 Sauerpucks und Mutatos. Fange 10 Käfer, während du mit Dalton abhängst. Und... Sammle 8 perfekte Planken. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gern abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr noch den Link zu Twitter und Instagram. Da könnt ihr mir auch gern folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Littlewood wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.